Meine Herrschaften, wer von euch beiden ist der bessere Fußballer? Ja, selbstvertrauen. Glaubt sowieso nicht als Bayern-Fan. Siehst, keine Ahnung vom Fußball. Wer von euch beiden ist als Erster beim Frühstück? Wer von euch beiden schnarrt? Keiner. Ich glaube, wenn ich einen starken Schnupfen habe, kann es passieren. Aber sie hören mich ja selber nicht. Aber du nicht. Nein. Gar keiner. Wer von euch beiden schnarrt? Ich bin faal und schnarrt. Ich habe gesagt. Ah ja, stimmt. Aber da hast du müssen, oder? Deswegen. Ja, weil du gewischt hast. Aber daheim du isst schon. Wer von euch beiden bringt den Müll raus? Ja, ja. Kommt vor. Wir haben nie, ja, daheim. Aber sonst messen wir nicht den Müll raus. Unterwegs. In Faalon haben wir auch nicht gemessen in unserem Bungalow. Nein. Wer von euch lässt die Haare im Waschbeck? Was ist mit dir? Ich mache das. Ich habe den Müll. Ich habe den Müll. Wer von euch beiden telefoniert öfter mit Mama bzw. Freundin? Das ist klar. Das ist klar. Ich bin ein Braver. Ja, ja. Wer von euch beiden steht länger vor dem Spiegel? Auch er. Oder? Ja. Das siehst du ein, oder? Ab und zu. Du machst es ja schon am Vorabend. Ja, sicher. Das hält man schon. Wer von euch beiden kommt öfter später heim? So. Ups. Er hält es noch länger aus. Ich bin doch schon länger. Wer von euch beiden schläft vom Fernseher ein? Nein. Da ist es nicht zum Einschlafen. Keiner, gell? Nein. Das ist so spannend, da willst du nicht schlafen. Dann schau ich immer was, wo du definitiv nicht einschlafen kannst. Wer von euch beiden isst der Magenmuffel? Ich bin kein Magenmuffel. Vielleicht. Eher auch nicht. Am ehesten vielleicht.